gut wir sind gerade übrigens gerade unterwegs auf unserer kleinen brainchamp tour weil wir verschiedene unternehmen angeschrieben haben auch über social media kanäle angeschrieben haben ob sie bei brainchamp mitmachen jetzt ist es so dass das halt verdammt lange immer dauert bis sich unternehmen überhaupt mal durchringen zu antworten und sich mit der sache zu beschäftigen deswegen haben wir ja vor kurzem unsere seo briefe die briefe ausgeschrieben auch da reaktionen sehr bescheiden und deswegen fahren wir jetzt dahin und besuchen die unternehmen wir waren es schon bei paar unternehmen gemischte reaktionen wir werden noch ein paar unternehmen besuchen aber erstmal gehen wir in burger king und schlagen uns den branzen voll